Welcome to my world Ich bin ein ernsthafter Grübler Und hab ne Menge Geheimnisse Ist ja gut, hör schon auf Das könnte meine letzte Chance sein Auf der Bühne der Oper zu tanzen Sehr interessant, Jeffrey Und wir fangen an Eure Leistung wird entscheidend sein Für die Rollen in der Gala zur Mitte der Saison Der Partidue Ines und Dash Dann los, ich werde alles geben Thea Lena und Jeff Veronique und Aaron Emma und David Alice und Sascha Oh ja, das ist ganz toll Aber könnten wir anfangen Bitte? Oh ja, ein L und ein E und ein N und ein A Was hab ich mustabiert? Lena, ich habe es verstanden, Chef Ha, irrsinnig lustig Großartig, fangen wir mit dem Lift an Na gut Chad, lass das, bleib jetzt ernst Ich bin total ernst Du hast aber gelacht Okay Okay Ich bitte dich, hör jetzt auf Das ist nicht lustig Das ist nämlich meine einzige Chance Ich lass nicht zu, dass du sie mir verdirbst Die einzige Chance? Ein dramatischer Höhepunkt Ich meine Tänze haben nur wenige Chancen Dies ist so eine, komm jetzt Okay Jeff! Wir gehen jetzt feiern Wir sind raus Klapp dich runter Auf Wiedersehen Jeff! Endlich Hey! Wow! Ich dachte, du kommst nicht Na komm, Alice, sei nicht so Wir packen das schon Komm bitte, für den Lift Entschuldigung Das ist nicht annähernd richtig Okay, gehen wir's nochmal durch Und Ines, streck die Füße, der Anblick beleidigt mich Es geht eins und strecken Und Lift Lift, 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 Lift her Das heißt, du musst in der Luft sein Und ins Murat Danke sehr. Die nächste Gruppe. Danke, dass du unbedingt trainieren wolltest. Ich wollte dich nicht zwingen, alles zu mögen, was mich inspiriert. Aber es war wunderbar. Ich war eben nur unsicher. Nach dem Pas-de-de-de-Grade verstehe ich endlich, was du immer gemeint hast. Das habe ich dir zu verdanken. Das hast du geschafft. Au! Nein, nein, nein! Hört auf! In diesem Stück geht es um die Beziehung zueinander, und ihr seht euch nicht einmal an. Begreift ihr es nicht? Ihr vertretet die Ballettschule der Pariser Oper. Das wird die Gada zur Mitte der Saison. Und es werden im Publikum sehr wichtige Leute sitzen. Habt ihr das verstanden? Drehung. Schultern. Und jetzt zu? Schultern. Schultern. Und dann so? An was du denkst, ist nicht gut. Eine Verletzung? Vielleicht ein Sturz. Du hast doch nicht vor, irgendetwas anzustellen. Ich meine, du wirst doch nicht, du weißt schon, Lena sabotieren, oder? Wirklich? Ach, Jeffrey, sei nicht so dramatisch. Das war zufriedenstellen, Jeffrey. Wir kommen gerade ins Spiel. In welches Spiel? Hey, in welches Spiel? Lena, Max, Thea, Jeffrey, kommt nach vorn. Mir wird schwindelig vor Aufregung. Jedes Paar wird die Szene vortanzen. Gleichzeitig, meine ich. Na toll. Jetzt müssen wir vortanzen, um unsere Rollen zu behalten. Also schaff es dieses Mal. Die Szene. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018